Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Ja, ich glaube, wir haben Gotha schon ziemlich weit befreit von dem ganzen untoten Gewürmen. Jetzt wollen wir jetzt mal eben kurz hier oben schauen. Hier könnte auch noch was sein. Aber das weiß ich natürlich nicht genau. So, auf jeden Fall noch mal ein Untoter hier. Das ist geil. Das ist der erste Untote, der mir in den Gebäuden entgegengekommen ist. Okay. Schöne Aussicht von hier oben. Irgendwo da hinten ist Montere. Schrank, den man nicht öffnen kann. Aber eine Schatulle. Noch eine Schatulle. Ja, komisch, ne? Dass man die Schränke nicht öffnen kann. Hier steht nichts Neues. Eigentlich möchte man auch meinen, das geht. Aber in Risen ging es ja. In Risen ging es. Und dann halt... In Gothic 3 ging es nicht, wie ihr seht. Aber Risen kam ja auch nach Gothic, also von daher... ... No Crap. Aber so die Trichel ne, die nehm ich auch sehr gerne mit. Shit. Slaggedy-legged. Schöne Aussicht. Da hinten. Da müsste Montera sein. Und der Berg ist noch höher, ob man da überhaupt hochkommt. Ist nichts außer Crap. Und hier ist auch nichts mehr. Gut, dann ist das ein Zeichen für mich zu speichern. Weil jetzt schauen wir uns das mal an, was hinter den Mauern da hinten ist. Guck mal, hier sind auch Spinnenweben drumherum. Guck mal, hier sind auch Spinnenweben drumherum. Also wenn da ein Skelett wäre, dann würde es mich jetzt auch angreifen. Also wenn da ein Skelett wäre, dann würde es mich jetzt auch angreifen. Schöner Kopftreffer. Noch ein schöner Kopftreffer. Alte Truhen mag ich mal gerne, weil ich alte Truhen mit meinem Liedrich öffnen kann. Flammenschwert. Flammenschwert. Schmuck. 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 Also hier war mal der Thron vom König. Viel Gold. Goldpokal. Ein Kompositbogen. Ein Amulett. Ein Scavenger Eye. Jetzt beschwören. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Beliars Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer. Und er lenkte es nach seinem Willen. Altes Wissen plus drei. Nicht so schlecht. Ich glaube aber Untote gibt es hier nicht mehr. Da ging es nicht rein, ne? Ich kann zur Zeit nichts herstellen. Doch, hier. Uninteressant. Toll. Verstecken hier ein Buchständer hin und dann ist es uninteressant, was da dran steht. Das macht ja auch viel Sinn. Oh Gott, diese ausgestorbene Stadt jetzt hier ohne die Untoten ist ja noch toter als vorher. Abgebrochen. Kampfstab. Kampfstab. Joa. Dies war's. Gotha ist frei. Völlig entkernt von jeglichem Ungeziefer, Untoten, Zeug etc. pp. Heißt, wir können Gordon Bescheid geben. Und ihm sagen. Dass Gotha befreit ist. Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen. Ha! Du hast es wieder mal geschafft, was? Ich kann nur für uns beide hoffen, dass du nie deinen Meister findest, mein Freund. Tausende Erfahrungspunkte. Was wirst du jetzt tun? Ich werde versuchen Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen. Lass dich nicht töten, mein Freund. Wer schadet drum? Mit dir macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Okay. Äh, dann gehe ich jetzt eben mal kurz. Nach Montera, meine Bolzen aufstommen. Wir passen auf! Ich mag die Musik in Montera. Zeig. Einige Probleme erledigen diese Bolzen. 25 Stück, ne? Knückelkompositbogen. Pfeile. Orkarmbrüste. Armbrüste. Krushtarach. Krushtagasch. Krushtpach. Krushtarach. Und Krushtarach. Krushtarach. Ein Kampfstab. Krushtarach. 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 Der hat auch bestimmt noch mal ein paar Pfeile mehr. Zeig. Hier, Bolzen meine ich natürlich. So. Dann nach Montera. Nach... 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 Wie heißt denn? Ich bin jetzt komplett doof. Nach Rokara. Meine Güte. Am besten du hältst dich da raus. Was kann denn schon groß passieren? 35 Bolzen. Klingen Bolzen wohl eigentlich. Mal mit dem Anführer sprechen. Ich glaube, den interessiert das, dass wir den Teleportstein bekommen haben. Die Untoten in Gotha sind besiegt. Bei Innos. Endlich ist der Fluch der Schamanen gebannt. Der Dank aller aufrechten Männer dieses Landes ist dir sicher Fremder. Nimm dieses Gold als bescheidenen Tribut von uns allen. Du wirst es brauchen, um Gotha wieder aufzubauen. Die Stadt soll wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Sprich mit Sean. Er soll alles Nötige veranlassen. Praktisch. Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Vengard führt. Dann benutze ihn. Schnell. Sprich mit dem König. Zeig mir deine Worte. Schade. Die Paladinrüstung kostet übrigens 190.000 Gold. Und das ist das, was er da hat, ne? Warte mal. 150.000. Ich habe eine Rebellenrüstung. Warum wächst du mich? Zeig mir deine Ware. Bolzen. Äh. Ein schwere Schlösser. Dazu bist du noch nicht. 17 Liebeskunsttalente. Na gut. Aha. 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 Wir fehlen jetzt natürlich den Erfahrungspunkt, aber egal. Wir sollen Gotha wieder aufbauen. Gut. Ich werde nach Gotha gehen und kümmere mich darum. Allerdings brauche ich Gold dafür. Mindestens 1000 Goldmünzen. Hier hast du 1000 Gold für Gotha. Danke, Mann. Das wird reichen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Weißt du eigentlich, was das für eine Plackerei ist, eine ganze Stadt wieder aufzubauen? Was natürlich lustig ist, ist, dass der Teleportstein von Gotha einen untoten Schädel hat. Ach, guck mal hier. Jetzt geht es ja auch wieder los. Zeig mir. Schön sieht es hier aus. Ist da auch wer drin? Ne, hier ist niemand. Ach, hör doch auf. Sind jetzt auch hier welche drin? Jo. Zeig mir deine Worte. Also mir gefällt das, Leute. Also dieses Besetzen der Städte danach. Das macht es irgendwie lebendiger. Klar, warum nicht? Wenn er so weitermacht, wird das lieber. Das hätte ich dir vorher sagen können. Kann dir doch egal sein. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja, noch mal ein paar Bolzen. Wirklich schön. Gefällt mir. Wir können später noch reden. Hier ist noch ein Schmied. Da sieht man erstmal, wie groß Gotha doch tatsächlich ist. Am besten du hältst dich da raus. Glaubst du nicht? So. Feuerkeich, Helm des ersten Paradins. Am besten du erledigst das selten. Die Geldern. Geldern ist diese... Als wenn das so einfach wäre. Du solltest meinen Rat annehmen. Dieser, äh... Dieser Eisgegend, ne? Glaube ich. Ruf beim Waldvolk. Kann dir doch egal sein. Pass gut auf dich auf. Genau, ich wollte gucken. Am besten du erledigst das selbst. Wo ich ihn jetzt Sean finde. Ich glaube der ist... Ist der hier? Hör bloß auf mit der Scheiße. Wo ist der gute Sean? Als wenn das so einfach wäre. Wo ist denn nochmal... Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Wo war denn der Thron? Oder war da hier drin? Gibt aber hier, ne? Aber Sean ist nicht hier. Vielleicht muss er da erst zu Fuß hinlatschen. Hier sind tatsächlich gar keine. Am besten du hältst dich da raus. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Aber schön, dass sie jetzt auch wachen davor sind. Am besten du erledigst das selbst. Irgendwann ist das auch vorbei. Ja gut. Wir werden ihn hoffentlich wiederfinden. Weil wir wollen ja jetzt ja Schlösser knacken können. Im Zweifel sind wir noch da in Okara. Aber ich weiß es nicht. Liebe Leute. Wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Also übermorgen. Und dann geht es weiter hier mit Gothic 3. Und dann überlegen wir uns, wohin wir gehen. Vengard ist eine Option. Fahring. Wahrscheinlich werde ich den Teleportstein zum König nehmen. Oder versuchen Vengard von außen anzugreifen. Mal gucken. Wie dem auch sei. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Kau.